minecraft mit wissen das mit dem mit dem riesen turm mit dem riesen viergegen gebäude ja aber wie die heiß ist natürlich immer schwer die kanadien aber glaube ich wirklich so einen ganz generischen namen sowas wie da oben oder so könnte die heißen entweder heißt ja auch mc oder minecraft ausgeschrieben ist das ist das nicht vor allem aber eine map die eigentlich auch so existiert in den normalen source grafiken oder ich glaube ich glaube sie hatte minecraft grafik oder doch die haben auf jeden fall die minecraft räume gehabt ja den mann hat immer versteckt hat existiert halt auch in normal also das habe ich glaube die haben wir aber nicht also finde ich ja ja auf dem server hier sind wir schon ganz andere maps ich finde mal die aber maxi 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 bereist du dich gerade schon auf dein trader dasein vor ich versuche ja das kaktus hallo ich möchte dir so sagen ich bin hängen geblieben ist alles ok wir haben schon die roten kann man hier nicht benutzen oder der erste sein ja ich habe ein ap ist ja ein bisschen genervt alles wenn man schon mal am leben ist und schokolade wow das war hinter dir der hätte ja auch auf mich gehen können ich glaube der voll ich glaube der hat aber wer war das denn drin das muss ja von ganz hinten gekommen ne der stand eigentlich am eingang da und du bist an ihm vorbeigelaufen warum hat diese leiche nicht mal identifiziert welche leiche ach das erste das da unten passiert bei maru maru bei dir ist ne leiche oder maru ist zumindest ein mal durchgelaufen smaggy ist noch im leuchtturm ich bin oben auf dem leuchtturm aber ich bin dte und frage ich bin die ganze zeit oben ach stimmt ja noch man kriegt ja es bringt kein damage das wäre jetzt sehr traurig geworden smaggy is ich wurde vergiftet von maxi ja aber es war kein gift ich will mal kurz baden dann gehen wir baden hier wie brennt jemand wer ist es denn jetzt alle wie war es für ein timing was war das denn mit smaggy warum war das gewollt nein ich habe eine falle davor das portal gelegt in der sekunde in den tausen kam die habe ich die hatte ich runtergeportet erst und danach äh ich dachte dalu du hast wieder mir eine falle gestellt nein ich habe wirklich sie habe sie die war nicht von der sekunde am boden du hast dich instant rein teleportiert ja vorher hatte ich die runter teleportiert aber mein snipeschuss war gut oder dalu da habe ich ihn weggerotzt ja wie bin ich eigentlich gestorben ich bin in irgendeinen kleinen raum reingelaufen und kann ich nicht mehr raus ey ich dachte wir bringen terste nicht um by the way ja da bist du oh wow dalu hat terste umgemöbelt nein ich habe terste nicht getötet nein ich würde mich terste am leben halten der terste hatte ein hp er sagt das noch und lief gerade in dem moment von mir vorbei ich war so mhm ok schade hallo terste terste du solltest nicht über lava springen wenn sowas smaggy aimt auf mich erst hast ja bin ich auch weil ich hab auf dich gamet aber ich bin nicht böse das problem ist wenn er nicht über lava springt sondern wenn er den spruch nicht schwein ich hab den nekomancer aber ich hab den nekomancer der crime reporter ich muss aber was für mich moment was ist denn der crime reporter nee danke dir für 30 danke dir für 30 ich habe noch einen trader 30 hey hey ich habe noch einen trader 30er streak sorry ich bin es abgelenkt achso das sind ein nekomancer und ein trader ja aber was ist mit der trader die durch dich durch nach unten umgegangen ist ich hole dich du bist tot nekomancer 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 Lebt immer außer wir, oder? Hätte man in nur Euro. Habe ich nicht verstanden. Du verwirrst mich, was willst du? Doch, es wird nur einfach mal nicht reden. Oder du bist Sidekick. Hallo Fass. Ja, der würde mich hier... Beinahe bin ich reingefallen, ne? Ich war grad dabei zu überprüfen, wolltest du mich First Aid train, oder? Niemand. First Aid train. Ey, warum steht da, wenn jemand... Beinahe hätt's geklappt. Doch, sie hat geschossen. Bei mir hab ich nicht geschossen. Ja, du warst übernommen, deswegen hast du's nicht mitgebracht. Wusste nicht, wie die geht. Alles gut. Aber die Runde um den Boden platzierbar. Hä, aber warum steht immer, wer erschossen wird? Ja, das war, glaub ich, ein Data Item, oder? Ja, ja. Also das war auf jeden Fall ein Item. Der Crime Reporter war das, der dann an war. Und dann ging's los. Im Moment. Ja, aber dann tut's mir natürlich leid. Ja, weil ich war mir so sicher, dass ich den Schuss gesehen hab. Ihr habt ja dann apparently auch geschossen, aber halt nicht ich, sondern... Man sieht's halt echt nicht. Ja, ja, ja. Das gibt's sehr unangenehm für einen von uns hier. Das wird's ja unangenehm für mich. Okay, hey, beruhigen wir uns. Wir sind nicht beruhigt. Wir sind nicht beruhigt. Hey, ich bin doch noch da, hallo. Ist schön. Ich hab grad eine A3000 geschossen. Oh, ich werf auch noch mal in den A3000, Moment. Wer nimmt denn Chaos mit Ochen? Ich hab 17... Dalu, das war Pech. Dalu! Bist du damit geflogen? Bist du damit geflogen? Oh mein Gott. Oh, ich hab auf Terste geschossen, Entschuldigung. Ich hab gedacht, das wär Dalu. Hab den Terste schon wieder gekickt? Nein, Terste. Nee, noch nicht. Ach nee, ach nee. Terste steht hier. Das ist die beste Runde bisher. Das ist Dalu. Nee, da geh ich. Dalu ist böse, ne? Ja, deswegen sag ich ja, da geh ich. Wer soll denn böse sein? Wer läuft denn hier rum? Oh, bist du da noch dran? Er ist unten, unten. Er versucht unten durch die Kristalle zu kommen. Ja, ja. Er ist unten, im Keller, vom Leuchtturm. Haltet ihn auf, er ist ein Krimineller. Nein! Papierflieger, Terste, geh weg! Oh. Hier müssen aber noch mehr böse sein, ne? Ja, eigentlich, eigentlich sollten noch zwei, drei weitere böse sein, ja. Äh, ich verzieh mich mal. Oh, Terste wird von einem Papierflieger verfolgt. Das ist natürlich gut. Den hast du mir abgenommen, Terste, leider. Da war der Scheilenschlipper. Wo schnippert der Scheilens hier? Juli möchte wieder kuscheln. Ach, Juli. Juli hat gekuschelt. Ich bin eben in den Leuchtturm gelaufen. Der ist nicht dumm. Oder wieso komm ich hier nicht raus? Nein! Shoshy, Shoshy, guck um. Aber ich hätte doch hier durchkommen. Ich... Hä? Hä? Maru lebt auch noch, Maru auch böse. Kann... Ach man, ich würde jetzt so gerne mal... Kann einer legit mal in den Leuchtturm kommen? Er dürfte nicht automatisch sterben. Also, es ist keine Explosion oder so. Ich bin eben in den Leuchtturm gelaufen. Okay, das reicht schon. Ich verzieh mich. Okay. Ich wollte das nur testen. Ich hab noch ein bisschen. Ich muss... Ich darf gleich erst trinken. So, Shoshy und Knechti. Aber ich hole schon mal mein Essen. Das sind die Letzten. Ja. Ich will euch da eine faire Chance geben. Komm her, stirb du Schwein! Ach, das war cool. Das war ganz schön knapp. Du darfst da reden, Juli. Oh, hallo. Ja, ich bin zurück. Shoshy ist unten. Jetzt im Wasser da hinten in diesem kleinen Ding. Klettert jetzt die Leiternähe des Leuchtturms hoch. Hier hinten. Goddamn. Da haben wir sie. Let's go. Bis wieder. Goddamn. Nee, ja. Totale Verwirrung. Äh, der Rundenenteil hat, glaub ich, verpackt. Warum? 5 Minuten 43 Uhr. Nee, 14 Sekunden ist nur eine Anzeige. Ja, das war für mich wieder 45, 38. Boah, der High-Noon und der Float war schön. Ja, das war... Ich hab den überlebt, weil ich Breach bin anscheinend. Hat jemand die... Hat jemand die... Hat jemand die... Hat jemand die... Ja, das geht. Ja, ich, ich. Ich bin sehr bereit. Nicht unbedingt das ideale Ziel, aber... Ja. Und Juli ballert mich übern Haufen, nachdem ich schon einen High-Noon getankt hab. Und von allen Seiten mal trittiert. Der High-Noon war frech, ja. Der High-Noon hat sich sofort vollen Schaden. Er war nicht aufgeladen. Nee, da war ich tatsächlich noch eingesperrt. Verdammt! Nur Trash! Nur Trash! Nur Trash! Nur Trash! Okay. Auf irgendjemand hat... Auf irgendjemand hat... Klört auf irgendjemand geschossen. Das gibt Fall schon. Er hat auch nichts. Okay. Oder auch nicht. Doch, doch, er hat doch auf jemanden geschossen. Ähm... Ja. Ist es Maggie nicht grad in den Vetterrom? Ja, es ist Maggie und er schießt! Er schießt! Er schießt! Er schießt! Er schießt! Er ist nicht böse. Okay. Aber Judy hat ja auch gerade... Da fliegt ein Papierflieger hinter dir. Ja, ich weiß. Okay. Shoshi. So nicht. Sit down. Warte mal, warte mal. Äh... Maxi werde ich gerade angeschossen. Shoshi, die hat nicht getötet. Also, okay, okay. Alles game. So, es sind viel zu viele tot und viel zu wenig am Leben, sodass ich eigentlich Angst habe, dass jeder böse ist. Ha. Du bist böse. Exakt. Das ist das, was ich damit gesagt habe. Das ist die Folge. Der hat sich einfach teleportiert, nachdem er sich teleportiert, also geschossen. Das... Knechti ist böse. Der ist hier. Das ist gleich wieder tot. Knechti. Komm, Knechti, zeigt dich. Ach, stark. Wie hat das Diensturz? Terti, noch mal auf der Vielfalt wiedergekommen. Terti, noch mal auf dem Weg gehst du noch einmal. Terti, noch mal auf der Welt. Die Bubkel komm ich, PUBG. Beut. Das habe ich getroffen, Freunde. Habe ich getroffen, Freunde. Habe ich getroffen, Freunde? Hast du dich halt nicht wahrgenommen, Terti. 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 Was hab ich wahrgenommen? Das Grummeln in deinem Hinz. Ja, ja, genau. Da wusste ich schon, es dauert nicht mehr lange. Da war die Chili zu viel. Chili Conkane. Ich glaube, das ist wirklich nur für Traitor. Die Rolle muss exakt übereinstimmen. Traitor, Traitor habe ich gehört. Vor allem, Julie ist auch da reingekommen. Ja, aber sie war Traitor, oder nicht? Nein, ich war Inno. Sie war Inno? Ja, aber ihr habt auf mich geschossen, weil ich in den Raum gehe, in dem du auch drin warst, Julie. Nein, ich bin kurz reingedippt und beim Raustippen hattest du mich angeschossen. Nein, ihr habt gesagt, Smeggy ist in den Raum gegangen. Da hast du gesagt, ja, Smeggy ist in den Traitor-Raum. Du warst im selben Raum. Ich meinte, nein, nein, ich meinte Nether. Ich dachte, wir reden vom Nether. Ja, du hast aber anstatt Nether Traitor gesagt. Und dann habt ihr alle angefangen, auf mich zu ballern. Und nochmal, du warst im... Nein, das Schlimme ist, du warst... Volker Versprecher. Ey, das Schlimme ist, du warst im selben Raum mit mir, Julie. Ja, ich habe mich verschossen. Aber keiner hat auf dich geschossen. Doch, doch, Terz hat mich doch erschossen. Ja. Ja, aber Terz hat einfach... Der Terz hat einfach... Ich habe auch gehört, ist das entweder ein Schneemann oder... Er hat auf mich geschossen. Irgendeiner hat auf mich geschossen. Macht bei meinem Schneemann, macht bei meinem Schneemann... Irgendwer hat auf mich geschossen. Irgendwer schießt auf mich. Oder vergiftet, ich weiß es nicht. Ja, Schoschi, ne? Hör mal, hör mal. Ja, ich wurde vergiftet. Das erste Mal, er hat auf 40 Meter auf mich. Was soll das nennen? Hast du mich vergiftet oder Julie? Ich habe nichts gemacht. Ich wurde angeschossen von einem von euch. Ich habe auf dich geschossen. Es gibt einen Rachegeist. Hinter euch ist jemand da oben. Warum sagst du einen Oh-Oh, wenn du es nicht selber der Mörder warst? Ich habe... Ich bin auch von Oh-Oh. Ich wollte nur sagen, dass es einen gibt. Was habt ihr hier oben gemacht? Hier ist halt staunlich viel Blut. Ich sterbe gleich. Kann man das beinern? Ja, man kann sich heilen. Heilt mich, jemand bitte? Ich bin dafür bedrungen, Julio. Ich habe kein Heels-Schmier. Ich glaube auch, dass Julie das war, Schoschi, weil sie hat gesagt, du hast das gemacht. Nein, das war nicht, Julio. Das war Julie. Was ist denn hier oben los? Nein, das war nicht, Julie, Schoschi. Das ist richtig eskaliert, sagt er. Also war es Julie. Ich bin gleich positiv. Sie ist soweit correct. Nein, ich weiß nicht. Julie, dann kümmere dich darum, dass ich kalt werde. Ich sterbe gleich, Julie. Oh, Zombie. Wer ist da runtergefallen gerade? Ich habe mich gerettet. Ich habe, ich glaube, ich gerade jemanden gebrochen. Nein, da ist jemand runtergefallen, du Schoge. ich sehe die ganzen einschauen mit euch geehrt dass sie meine stimme so laut hören die hölle ist frei freunde das ist schön das freut mich maxi fly hast ja habe ich als ich glaube es ist glaube es lebt noch der der necromancer hinten beim turm irgendwo war ich bin mir aber nicht ganz sicher ja dann ist das so ist sie damit leben du aber bababu gemacht hast aus der hölle glaube ich mal er du hast in der hölle geschossen und ich habe nicht gesehen und ich habe einen thomas benutzt das hättest du mal gehört ahmet was geht bruder gerade den übelsten thomas badaboom gedürzt hier heißt es noch mal auch um gedürzt am turm ist einer das bin ich danke oben das war ich ja da war eigentlich ja das heißt der necromancer ist noch am start dann weiß ich nicht ob er noch lebt wir haben die lebende noch nicht gefunden danke dir das ist ja kurs kurs doch im turm ist aber noch einer da war keiner ich habe ich habe die macht dass die nutze wird wiederbelebt ist afk weil er wahrscheinlich staubsaugen ist ich habe den sommer turm gemacht und dann hat und julie sprengt sich selbst ja ich wollte die taube wegschießen aber dann kam jemand nahkampf und ich so ja das ist so schlecht gemacht leute da oben auf dem turm auf einmal ein tenter tako das ist gefährlich gewesen das ist gefährlich gewesen da war einfach alles auf dem turm olag lösen da was geht jo jo was geht jo was geht komm mal auf ich bin ich bin innocent so smaggy jetzt aber auch mal ne runde holen hä wie denn ich werd immer gesauscht und gekillt für nick smaggy und terse holen jetzt nen win ey in einem guck mal in der einen runde kommt ihr wie die übelsten verbrecher verprügelt mich hier in der umkleide in der anderen runde verfolgt mich julie in den selben raum sagt smaggy ist im traitor raum oh gott oh gott es ist einfach jemand explodiert mel mel ist böse wer war das ne 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 irgendwer hat auf dich geschossen mel ist böse nein bin ich gar nicht doch die hat mich vergiftet mel hat jemand im gesprek oh mein gott mel tötet alle ich glaube es ist einer von den wind dalu ist nicht der chaos das habe ich genau gesehen ja was bedeutet mayhem das ist das random event und anscheinend stirbt alle x sekunden jemand random das mel ist wieder vergiftet was schwachsinn komisch das du weißt wo die leichen sind du necromancer die sind neuer und wurde mit einem melon-mine geprägt die explodiert oh 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 da das war aber jetzt maxi ne der hh der kam aus der gas-märkung der kam in meine richtung der dober maxi du bist tot ich erschieße dich jetzt erschießen das ist immer noch ja ich bin aber warum wie aber warum was auch nicht getötet hast weil sie auf mich geschossen hat in die hölle gekommen ist nur der tod ich möchte ich möchte das erste noch mal ich weiß nicht ob da kommt irgendjemand vom messer im country weil wird branded player also es steht da das ist no front steht da haben sie haben sie wieder eingeführt ich habe einfach benutzt ach so danke aber jetzt ist die runde schon zu ende das random event ist einfach wirklich lädt wird einfach allen random getötet irgendwann war gerade war gerade dass das geht auch gut danke der nachfrage wir waren alle paar sekunden explodiert das ist faszinierend ich war fk und ich bin so im leben ich habe mich nicht 8 meter bewegt die runde ich tausche mit smaggy den platz er steht in so einer gruppe von drei leuten und er explodiert direkt ich bin am sterben und klär hat nichts besser zu tun außer mich wieder in den sas zu ziehen überhaupt nicht jetzt redet er war ein schwarzer das ist doch gewohnt bei ihm mein größtes problem ist das ist nicht der erste gewesen sei die schweizer direkt an mir vorbei erste also ich stand direkt die idee und ich dachte es hat keinen erwischt also vorhin war ich der wird nie wieder mitspielen vorhin war ich tot habe testa observiert in dem moment geht er in den raum wo man stirbt und stürzt wurde engel geballert ja dann engel wieder auf ihn rechtlich ist der engel an am leuchtturm ist ein böser alle darf der negro bästern vier zombies oder so wir sollten da jetzt zusammen hingehen ihr solltet unbedingt da zum c4 gehen da kann nichts schief gehen ich hab's nicht ich wollte es entschärfen aber ich hab's nicht gefunden wer hat dir jetzt schon wieder testen maggie hast du jetzt gerade testen als zombie umgebracht oh nein ich hab vergessen es tut mir leid ich hab nicht nachgedacht wirklich ich hab doch nur zwei hp moin 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 oh oh hä wer schießt für mich wenn dalu was böses wäre wäre er nur jackel weil sonst hat er zwei seiner mits gekillt das glaube ich nicht ist er doch oder katze katze du bist du schnell bitte das verwirrt mich ja wie das ist ja nur ein problem wenn du auch auf mich schießen willst soll ich zu mir machen nein aber wenn du vor mich nein 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 ne noo aber es ist doch böse du musst uns irgendwann umbringen ich bin nicht böse bist du sicher ach warum schießt du denn noch nicht ich bin doch böse ja anscheinend ne katzmiewicz finde ich die hinterher zu aim ja das ist eigentlich nicht gerade ausgelaufen das ist gerade falsch angestorben ich bin nicht gestorben ne tut es auch nicht ach ne jetzt maggie hat sich irgendetwas mit braun teleportiert Entschuldigung da hallo ich dachte er hatte nur die bösen getötet also er hatte nur die bösen getötet er hat mich wirklich fast mit deinem thomas erwischt mit dem bösen tisch ja es tut mir leid ich wollte dich zum zombie machen aber dann hat Knechte gesagt darf ich nicht ich habe nicht gesehen das erste nebenbestand habe ich die erste mit dem thomas erwischt wir müssen eine neue suchen der wird legend nicht mehr eine runde mitmachen also du hast herrster erwischt und mich tatsächlich auch fast ich stand zwei schritte daneben ich habe von unten einfach nach oben geballert ja du hast herrster getroffen also wenn herrster aber trotzdem weiter mitspielt hat er einen vorteil seine wohnung wird immer sauber sein wenn er wirklich staubsaugen geht wenn er tot ist irgendwie bezweifle ich das das war wirklich nicht sexo ich war unter der map das war wirklich stark ja 신� Когда sie wo die wo dr Bis zum nächsten Mal.